Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Sofort Handeln anzunehmen bei Hauptmann Delawin Sommertmund in Dunkelküste, in diesem Gebiet. Die läuft hier von einem Gegner zum nächsten, sobald eine tot ist, dann kann sie überall hinlaufen, auch hier hin kann es sein. Deshalb sage ich euch das Gebiet und nicht eine bestimmte Position. Hab die Quest nun angenommen. Wie man sieht, befinde ich mich hier noch im Kampf, kann also noch nicht wegfliegen. Mal schauen, ob ich bald rauskomme. Ansonsten laufe ich so zu den zwei gesuchten NPCs. Ja, ich darf nicht durchkämpfen. Vielleicht habt ihr mehr Glück und kommt nicht in den Kampf mit den Mobs, wo Hauptmann Delawin kämpft. Ihr wisst auch schon ein eingesuchter Mob. Tötet sie erst hier. Diesen Mob, die Maschine lasse ich mal in Ruhe. Hier mache ich die Map auf, befinde mich an dieser Position. Und wie man sieht, kann dieser Gormok Axtfall nicht so viel. Und die Schüsse von der Maschine machen auch nicht besonders viel Schaden, finde ich. Ich kann nun noch immer nicht aufmountain, aber egal, die Wege sind nicht so lang. Der zweite gesuchte Mob befindet sich an dieser Position. Hier auch die Map. Da bin ich. Werde immer noch geschossen. Solltet ihr Probleme haben, dann tötet halt die Maschine. Mir macht es nichts aus. Also meinem Charakter halt. So. West ist bereit zur Abgabe. Und ich hatte nicht mal viel Leben. Ich führte mal zwei Mobs und schaue, ob ich dann aus dem Kampf bin. Aber ich vermute mal nicht. Nö. Will nicht, mag nicht. Egal. Oh, nicht wundervollen. Ich bin doch im Kampf. Ich bin aus dem Kampf. Wuuu. So. Oh, hier sieht man es auch schön. Quests abzugeben bei Hauptmann. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Gut. Euch an der Zeit zu müssen. Die Hort wird viel bezahlen. Die Hort wird viel bezahlen. In diesem Gebiet. Habt gerade gesehen, die läuft den Gegnern nach, um die anzugreifen. Besonders viel Schaden macht sie ja nicht. Aber egal. Hauptsache sie ist dabei. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Guau. Ciao. Ciao. Das war's für heute.